Ich bin Will Smith aus West Philly. Du bist der Boss und ich bin die Nanny. Zwei unterschiedliche Charaktere. Der eine ist laut. Hormone an Will, Hormone an Will. Und die andere ist... Viel lauter. Yo Baby, ich komm direkt aus der Street Gang. Das hier ist nicht die Bronze Will, das ist Belle-Air. Oh Will! Oh nein. Oh Gott. Ich glaube sie haben da einen Riss. Nein, nein. Sieht gut aus. Von Montag bis Freitag. Die Nanny. Ab 12.35 Uhr. Und der Prinz von Bel-Air. Ab 14 Uhr. Auf TNT Comedy.